Wie kann ein Luftballon zur Rakete werden? Bläst man einen Luftballon auf und verschließt die Öffnung nicht, so entweicht die Luft durch die Öffnung, weil der Luftballon sich wieder zusammenzieht. Beim Zusammenziehen übt der Luftballon eine Kraft auf die darin enthaltene Luft aus. Diese wirkt in Richtung der Öffnung. Nach dem Wechselwirkungsprinzip wirkt eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft auf den Luftballon und diese erhält eine Zusatzgeschwindigkeit in Gegenrichtung. Die Backpulverrakete wird mit Essig und Backpulver betrieben. Vermischt man diese beiden Substanzen, so bemerkt man sofort ein Aufschäumen der Mischung. Es kommt zu einer chemischen Reaktion, bei der Kohlendioxid freigesetzt wird. Wird dieser Treibstoff in eine verschlossene Flasche gefüllt, so wird durch das entstehende Kohlendioxid der Druck in der Flasche so lange erhöht, bis der Verschluss aus der Flasche gedrückt wird. Wie bei der Luftballonrakete bewirkt das ausströmende Gas, dass die Flasche eine Zusatzgeschwindigkeit in Gegenrichtung erhält. Das Wechselwirkungs- oder Rückstoßprinzip kann daher auch für den Antrieb verwendet werden.